Laserbond USA ist der einzigartige Flüssigkunststoff, der in Kombination mit ultraviolettem Licht so gut wie alle Materialien repariert und versiegelt. Und das in nur drei Sekunden. Laserbond USA repariert Glas, Plastik, Holz, Metall und vieles mehr. Laserbond USA, der Flüssigkunststoff mit dem UV-Effekt. Laserbond USA ist nicht so ein pappiger, übel riechender Kleber. Er ist eine starke, flüssige Kunststoffverbindung, die unter ultraviolettem Licht hart wie Stahl wird. Auf einer Seite ist der Applikatorstift. Ich platziere damit einen Tropfen hier auf dieser kaputten Sandale. Auf der anderen haben wir das Spezial-UV-Licht, das jetzt dafür sorgt, dass alles perfekt aushärtet und bombenfest hält. Und er kann noch viel mehr. Füllen Sie damit Risse und Spalten. Reparieren Sie beschädigte Wasserrohre. Und egal wie lange das hier drauf bleibt, es bleibt immer flüssig. Es härtet erst aus, wenn ich gezielt mit dem UV-Licht ansetze. Was auch immer zerbricht, Laserbond USA repariert es mit UV-Licht. Laserbond USA hat nichts mit einem herkömmlichen Kleber zu tun. Er ist der Flüssigkunststoff mit dem UV-Effekt. Reparaturen an Möbelstücken, am Spielzeug ihrer Kinder, an maroden Wasserrohren, Kabeln. Egal ob Glas, Kunststoff, Holz oder Metall. Laserbond USA repariert nahezu alle Materialien und Oberflächen sekundenschnell. Einfach Laserbond USA mit dem Applikatorstift auftragen und 3 Sekunden mit dem integrierten UV-Licht bestrahlen. Fertig. Und es gibt kein Gepatze und Geschmierer. Denn Laserbond USA härtet erst durch die Bestrahlung mit dem Spezial-UV-Licht komplett aus. Laserbond USA. Der Flüssigkunststoff. Mit dem UV-Effekt.